Luca Henni. Ein Herz und eine Seele mit seiner kleinen Prinzessin. Erst vor wenigen Wochen ist Luca Henni erstmals Papa geworden und seitdem kann der DSDS-Sieger nicht genug davon bekommen, seinen kleinen Schatz mit der großen Welt zu teilen. Luca Henni, 29, und seine Ehefrau Christina, 34, schweben im siebten Himmel. Im Juni 2024 verkündeten der Sänger und die Tänzerin die Geburt ihres ersten Kindes. Mit den Worten unsere Familienband hat eine neue Bandliederin. Aus einem Duo wird ein Trio und der Ton wird von ihr ganz perfekt neu angegeben, deutete das Leds Dance Traumpaar an, dass es sich um ein Mädchen handelt. Besondere Momente von Luca Henni und seiner Tochter. Seitdem geben die Hennis fleißig Einblicke in ihren neuen Familienalltag. Während Mama Christina offen über die Veränderungen und auch weniger erfreuliche Details spricht, teilt Papa Luca vor allem die herzerwärmende Momente mit seiner Tochter. Am Mittwoch, den dritten Juli, filmte sich der stolze Papa auf der heimischen Couch beim Kuscheln mit seiner Kleinen. Und dabei passierte es, die Follower innen des Musikers bekamen das erste Lachen der kleinen Prinzessin zu hören. Den niedlichen Moment seht ihr im Video.